Jetzt gehen wir das Mittagessen. Flüttelchen. Alles, was das ganz begehrt ist. Ein Zucker, Salatpuffe, volle Salatsosen. Lecker, 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 lecker. Hier gibt es dann... ...die Gemüse. Die Gemüse. Das ist dann das Kohlstückchen. Die Gemüse. Die Gemüse. Alles im Tüttel. Alles, was das ganz begehrt ist. Super lecker. Alles, was wir jetzt machen? Ja, oder was? Das ist Ihr Zuhause. Das war jetzt für das Pinde. Hier kann es noch bei Besagen. Anstab noch ein bisschen noch so trizieren kann, das würde man schon liegen lassen. Die Gäste hat die Kruppe, man kann es sich ganz schön machen. Jetzt bringen wir aber mal den Kaffee, das gibt es ja was für den Abend, das gibt es überall. Da kann man sich nehmen, was wir nehmen.